Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit begleitet dich, unterstützt dich und ist für dich da. Sie ist für dich da, wenn du zum Beispiel traurig bist. Wenn du jemanden zum Zuhören brauchst. Oder wenn dich jemand ärgert. Schulsozialarbeit ist für dich da, wenn du dich alleine fühlst. Wenn du Probleme mit deiner Lehrerin oder deinem Lehrer hast. Wenn du dich in deiner Klasse nicht wohlfühlst. Oder wenn du ganz schlimmen Streit mit deiner Freundin oder deinen Freunden hast. Wenn es dir zu Hause nicht gut geht, ist sie auch da. Oder wenn du etwas auf dem Herzen hast. Schulsozialarbeit möchte einfach, dass es dir so richtig gut geht. Und du dich in deiner Schule wohlfühlst. Schulsozialarbeit sagt auch nichts weiter. Und an eurer Schule bin ich das, die Franzi. remo Tschüss. Jungeю. Keep it. Hier 민주ver get seriously WHAT CO